ja da bin ich wieder servus servus meine freunde ich bin doch hier drin ich habe gleich weiter gemacht eben und die erb 6 müssen wir auffüllen müssen auffüllen weil nicht dass der skelettor wiederkommt das sei skeleton was kommt und dann doch alles auf uns zu was haben wir jetzt gekriegt die brustige knochenfragmente was ist denn da oben los das ist der turm und nix hier oben ich doch da wäre jetzt eine riesen schatzkiste und den ganzen sachen hier aber doch nicht na toll aber da waren wir doch schon oder du fühlst dich nicht länger ausgeruht super jetzt muss ich erstmal schauen wieviel das ich noch tragen kann auch du neunzig erst das geht ja noch weil wir so viel durcheinander haben da waren wir in dem gebäude jetzt schaue ich da noch ein bisserl rein essen ist alles stabil da sind noch bären ich sammle die bären gleich mal da was tausende was ich dachte ich könnte mir einsammeln oder so was haben wir hier noch so zu sehen ich werde was irgendwas höre ich doch da was ist das da der schaut direkt auf uns hin geht bloß weg ich flüchte lieber der wohnt da oder was wir haben ihn ausgeraubt ich würde den gehen ich musste aus essen schauen was ist denn wenn man den kommt der schnell oh schnell weg schnell flüchten flüchten wie weit ist er wie weit ist er schnell oh jetzt kommen die auch noch schnell der hält ganz schön aus der die sind auch noch da gut die können wir erledigen gut ist in der warum nimmt er die scheiß waffe nicht 3 4 muss ich den nehmen klatschen an den baum so jetzt haben wir es oh leck der troll der ist brutal ein bisschen frei rum aber wir haben wieder einiges bekommen acht dann bricht er da kurz auf ich frage mich es ich habe es ich es so da sind die schweinchen haben sie es da jetzt so viele schweinchen und vorher waren keine da kommen 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 so nicht getroffen bleiben sie stehen ich hoffe ich bin richtig muss ja hier irgendwo hin momenten wo okay wir sind richtig muss noch ein bisserl hierüber musik hatte aussitzer so jetzt haben wir einiges an blaubeeren auch gefunden sehr schön steinchen jede menge und neues material wie weit er schon springt jetzt mit ihrer fähigkeit nein so jetzt sind wir gleich hier ich dachte ich da ist ein schweinchen wir sind zurück freunde wenigstens nicht gestorben den troll habe ich jetzt befürchtet warum ist hier aus was holz ok holz können wir anzünden brauchen die erleuchtung jetzt schauen wir erstmal die reparieren die sachen erst noch dann hölzerne sturm schild können wir fertigen machen wir dann was können wir sonst noch machen stein acht auf nichts auf aufgeräten können wir jetzt an dem webstuhl machen den momentchen wie gegen das ich muss da immer überlegen jetzt dafür ist noch so viel 20 stück und mir haben wir erst ähm haben erst zwei leder gekriegt äh rehaut wildschwein schweintrophäe wissen unser leder ok was ah das ist wieder was nein das sind trophäen das tun wir hier hin was sind das hier wertvolle was münzen wertvoll sehr wertvoll können wir uns da was kaufen und was haben wir hier bärenstein hier die steinchen tun wir noch rein dann haben wir hier holz aber das da haben wir alles so dann die können wir hier mit rein tun ok jetzt hat es gezählt nixentrophäe auge ok dann tun wir das zu den trophäen her die fackel wir brauchen die noch und wir essen mal die beeren oh das hat rein gehauen den schweinebraten da die keule so und das schild was haben wir hier honig die fackel können wir hier dazu tun da kann man keine zwei rein tun so wir haben jetzt einiges zeit mehr machen wir hier irgendwie ein lager wir bauen ein lager freunde oder damit wir wieder mal was tun mei die bienen hätten mitnehmen können aber jetzt schlafen wir erstmal es ist schon wieder stockdunkel da mag ich ja gar nicht raus da mag ich ja gar nicht rein zum arbeiten gute nach freunde und ich träume von vögelden gezwitscher so guten morgen freunde oh guten morgen tag 18 hatten wir den nicht schon so ich würde hier vorschlagen dass wir hier daneben eigentlich müssen wir das haus ein bisserl größer bauen damit wir da noch platz haben da raus können wir äh genau wir haben wir die da haben wir nicht da eine hake gehabt damit wir oder wir machen wir hier ein regal drüber momentchen bretter na Da gibt es eine große Jukata. noch Kisten draufstellen. Verstehst du, oder? Die ist etwas zu weit hinten. Äh, nee. Die machen wir noch mal weg hier. Dann haben wir hier Kisten. Und hier tun wir noch Kisten drauf. Dekoration. Komfort. Hier drauf. Hä? Hä? Meist ist was mit denen Kisten. Komm schon. Du wirst jetzt doch Schimpf bekommen hier. Hä? Komm schon. Da daneben her. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das ist schade. Momentchen. Ich muss drei. Die Kiste ist ein bisschen zu weit weg. Drei. Okay. So, und die gehört weg. Und gehört auch ein bisschen vorgezogen. So, dann können wir hier wieder was lagern. Und zwar. Weil, wir haben hier. Das möchte ich hier rein tun. Verstehst du? Dann hier. Tun wir. Eigentlich hätten wir. Das tun wir jetzt hier einfach rein. Und die Fockel auch. Die braucht man ja hier nicht. Honig. Die Blaubeeren sind auch gleich weg. Und hier müssen wir wieder drauf geben. So. Da steht's Holz rein. Mitten ins Bett. Ja, ob ich denn da schlafen könnte. Sehe ich gerade. So. Zisch. Das hört sich so komisch an, oder? Das hört sich so komisch an, oder? Ja. Haben wir noch Holz drin? Benutze Holz. Okay. Hätten wir doch noch aufheben sollen. Gut. Dann haben wir doch ein bisschen Platz. Ich hab da was gehört. So. Die Bienen sind glücklich. Können die auch unglücklich sein? Hm. Hm. 77. Warum geht das nicht höher rauf? Ich dachte, wir hätten mal vielleicht 100 oder so. Können wir hoch leveln. Aber ich weiß nicht, warum das denn hier weiter geht. 76. Verstehe ich nicht. Okay. Und Speer müssen wir auch mal aufwerten. E. So. Wir müssen noch Schweine jagen. 5. Meine Güte. Ähm. Was brauche ich denn jetzt? Ja. Okay. mit dem ist nichts da habe ich mit der hand mehr zusammen wie mit dem speer und ist der für die fische vielleicht ich wollte das re oder wo war das hier drüben ich höre schon wieder so ein geräusch wahnsinn wie kommt so gar nichts anders mehr für was ist denn der gute spiel der sollte gar nichts gebrauchen ok jetzt haben wir getroffen schlecht ist er nicht oder so laufen wir so werfen kommen auch mit der mit dem ausrad drücken das probieren wir gleich mal wo man da was er liegen können aber nur verschwächt hat dann mit dem Ein Bogen war es besser, gell? Weil der Speer noch nicht so weit ausgereift ist. Da ist dieses schon besser. Oh, jetzt kommt Katze und der schreckt mich. Hier war noch ein Ost. So, wir brauchen mehr so Fetzen. Oh ne, den wollte ich auch nicht erschrecken. Der kommt hoch. Kommt das wieder zurück, das Reh? Es ist zurückgekehrt. Ich brauche nicht... Das ist eine Sammelaktion hier. Und ihr seht nichts Neues, gell? Das ist furchtbar. Aber das ist so. Normalerweise sollte ich das Sammeln nebenbei machen. Ihr entscheidet, soll ich das nebenbei machen oder wollt ihr es sehen? Schreibt es bitte in die Kommentare. Da oben ist ein Reh, ich sehe es. Und das ist die mit Stern. Wenn ein Stern, wenn ein Stern dabei ist. Dann ist es meistens ein... ein Ding. Da wo ein Trophäe drin ist. So ein Hirschkopf. Da drehen wir jetzt durch. Voll drehen. No, komm her. No, komm her. Komm doch her. Jetzt haben wir gespießt. So, und wieder weiter mit dem Ding jetzt. Da war ein Kopf. Aber wir brauchen Leder, Leder. Momentchen, ich muss niesen. Was haben wir denn hier? Also hier ist noch ein Ding gewesen. Moment, nochmal. So, schauen wir mal. Jetzt dachte ich, da steht schon eins oben. Ich würde das so gerne in den Dunkelwald drehen und den Troll da killen. Aber. Aber. Wie viel haben wir noch? 133, als es geht. Gut. Können wir schon noch was fangen? Ja, sag mal. Ich unterbreche schnell die Gütze. Weil ich schnell nach dem Feuer schauen muss. Und essen muss ich. Mit der 6. Und der 8. Also bis gleich. Und da bin ich schon wieder. Und es ist dunkel. Ich dachte, wenn ich Pause drücke, dann geht. Also wenn ich in die Einstellung gehe. Dann macht es Pause. Aber wie es aussieht, ist es doch nicht der Fall. Das hast du da vorne. Vor meiner Haustüre. Braucht keiner warten. Ja gut. Dann gehen wir halt wieder ins Haus. Hinein. Und was kriegen wir hier noch? Zwei Stück. Die können wir wechseln. Das nach unten. Dann nehme ich die für Leder her. Würde ich sagen. Hier. Das Feld sieht man so schlecht. Und. Jetzt können wir hier raus tun. Können wir hier raus. Ach nein. Nicht dran hauen. 35. Was ist das hier genau? Nixen Trophäe. Meine Güte. Was da alles gibt. Hier. So. Steine haben wir auch. Ziemlich viele jetzt. Und. Holz sowieso. Hier ist nichts drin. Hier haben wir das Leder drin. Und hier waren die Trophäen, oder? Nee. Hier waren die Leder. Trophäen. Ähm. Zwei Trophäen. Die Fockel ist ein Blödsinn. Was haben wir hier? Kohle. Und hier. Was macht man da? Die Federn waren doch hier drin, oder? Wo haben wir denn die Federn gelagert? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ich hab doch da irgendwo... Ach, hier waren sie. Drei Stück und dann... ...doch nicht so. Brutzel, Brutzel, Brutzel. In der Zeit könnten wir schlafen. Weil der Tag... Ach, war so anstrengend. Und dabei könnte das Fleisch fertig sein. Wahrscheinlich ist es dann Kohle. Ich probier's einfach mal aus. Und ich hab mir in der Zeit noch was zu trinken geholt. Auf euch. Ich hab's schon gehört. Würzen, 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 Würzen. Holz ist genügend drin. Passt. So. Wir sind schon wieder über der Zeit. Und... Wo bekomm ich das... ...Lederfetzen her? Kann er nicht sehen. Ich dachte bei... So, dann haben wir wieder einiges gesammelt. Was macht man jetzt noch? Eigentlich nichts mehr. Wir haben ja... Wir haben ja... Die Bienen sind wieder glücklich. Die geht's gut. Aber ich frage mich... Wo krieg ich jetzt die Lederfetzen her? Ich werde mal sammeln. Ich unterbreche jetzt das Video. Und... Oder wir gehen in den Dunkelwald und bauen wir da eine Hütte rüber. Damit wir mal wieder was anders machen außer sammeln. Oder ich sammle jetzt noch. Ich werde die Aufnahme... Abbrechen. Weil wir sind ja eh schon 30 Minuten. Und dann... Werde ich in der Zeit noch sammeln, wo ich die Lederfetzen herbekomme. Die Leder... Wie heißen die Dinger? Ihr wisst schon. Was ich meine. Weil da brauchen wir so viele. Hier sind nicht. Hier sind nicht. Die Leder-Schnipsel. Ein kleiner Haufen Leder-Schnipsel. Drei Stück haben wir erst. Ich muss da gucken. Also... Wir sehen uns dann später. Wenn ich die Leder-Schnipsel gefunden habe, wo es die hergibt. Also... Ich danke fürs Zusehen. Abonnieren. Glocke. Betätigen. Und Daumen nach oben. Ihr wisst es Bescheid. Und dann sehen wir uns in alter Frische. in der nächsten Folge wieder. Bis dahin... Sag ich danke fürs Zusehen. Und bleib gesund. Aus dem X-Term Studio. Euer Robin. Tschüss.